Ihr habt den Auftrag gar nicht. Ja doch. Nö. Da waren wir eben. Das ist ja das Material beschaffen ist das. Ach, was ist Material beschaffen? Ne, das ist... Wenn du ihm sein Blut von den Wildrunden zurück... Ah, tatsächlich. Bläh. Ich bin so einsam. Ich hab Weihnachts-Melodie im Hintergrund laufen. Schön. Ich habe gerade irgendwas an. Egal. Ich habe die Worte. Ich habe auch eine Flüsse gesehen. Entschuldigung. Ich habe gerade an den Weg des Bluts. Ein Stats von Palo und der Senkung mit dem Geburt. Ich habe auch eine Flüsse gesehen. Ich habe gerade die Hände gesehen. W Pompeiere Teil der Gewicht in die Flüsse ganz einfach tan. Ich habe auch eine Flüsse genommen. Boah, heute ist Freitag. Morgen ist Samstag, danach kommt Sonntag und dann haben wir die ganze Scheiße schon wieder von vorne. Nein, Montag ist ein sehr gefehlter Tag. Total. Ja, erste Stunde frei, zweite nur Spanisch, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Spitzeln. Mann, die Freize. Ich weiß jetzt genau, das ist ja noch Sport. Toll, ich habe Freitagssport. Ja, das ist schon egal als Montag. Nein. Nein, aber egal. Äh, mein Handy klingelt gerade. Ja, dann geh doch ran. Nein, geh ich nicht. Oh, oh, wer ist denn? Warte, niemand wüsstiger. Will die Zeit? Genau. Ich sehe es am Handy, sehe ich das gerade. Nee, ist nur Familie. Da geh ich jetzt nicht dran. Teil auch die Familie, ne? Nee, ist Aufnahme. Also ist die Aufnahme jetzt wichtiger. So, Wildhunde. Da sind noch mehr Wildhunde. Und ich habe dieses Brüder-Buch immer noch nicht. Top, mach. Weltwettenbuch suche ich Uriels Buch. Ja. Ja, dann habe ich es. Glückwunsch. Aber ich muss noch 10 Alpha-Grau-Wölfe töten. Ja, ich auch. Unregel Rote Keiler muss ich auch noch 10 töten. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die Rote Keiler töten, die sind bei mir gerade extrem Mangelware. Und ich glaube, ich brauche noch eine hungrige Alpha-Grau-Wölfe. Ich habe ein Methin der Schlacht gefunden. Da kommen auch einige Mobs raus. Methin der Schlacht? Methin der Schlacht. Ja. Methin der Schlacht. Ja, wo bist denn du? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin nördlich von der Stadt. Ja, da habe ich aber einen weiten Weg vor mir. Ja, dann versuche ich ihn alleine. Wenn es mir jetzt weiß ich, wo ich Tränke habe. Ja, ich versuche mich mal auf den Weg zu machen. Ich kann dir aber nicht versprechen, als ich so schnell da bin. Nur ich bin genau südlich der Stadt. Warte, nix. Warte, ich laufe einmal durch die Stadt. Genau. Da abkürzen. Liegt, ne? Ja, hoffentlich kommen da auch die richtigen Mobs raus, die ich brauche. Ja, da kommen jetzt aber die richtigen Mobs raus. Ja, wie hättest du das gedacht? Du wirst sterben ohne mich. Nein, definitiv nicht. Wahrscheinlich wirst du eher überleben, als wenn ich da bin, aber... Ich verrate dir jetzt nicht, dass ich eine Socke erhalten habe. Ach, sei leise. Ja, deswegen wollte ich es dir ja nicht sagen. Ja, dann sag es mir auch besser nicht, weil sonst werde ich böse. Ich freue mich, den Zorn auf mich bringen, ne? Ne, glaub mir, das willst du auch nicht. Weil sonst komme ich hier und mache vorderlich zum Kampf heraus und dann bist du tot. Ja, genau. Okay. Genau. Wäre da auch mal interessant, wenn wir uns mal gegeneinander bekämpfen. Wo? Ja, hier. Können wir machen. Aber ich würde gewinnen. Nein. Nein, da ich dort Level 15 bin, habe ich schon eine bessere Waffe. So, du Witzboll, wo bist du denn? Ich bin jetzt nördlich der Stadt, aber wo bist du? Ach, da oben. Ich glaube, ich habe jetzt schon die Hälfte allein gemacht. Ja, aber ich will ja auch was vom Kuchen haben. Ja, du guckst den Krümel. Ganz rechts und links ist Young aufheben, dann hast du den Krümel. So, Auftrag abgeschlossen. Oh ja, die brauche ich garantiert. Du hast ja auch noch voll den dummen Mädchen rausgesucht. Warum? Der hat genau die gleiche Stufe wie du. Ja, und? Ich dachte, die müssen immer besser sein als die Welt. Nein, die haben eine Differenz, keine Ahnung. Je nach W-Team, glaube ich, 5 bis 10 Level oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ich kann mit Level 20 ja auch noch stehen und kann mit einem bisschen Glück da was rausholen. Nur das verringert sich immer die Wahrscheinlichkeit. Je höher ich bin, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Je geringer ich bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Nein, verpissst du. Ja, so gut, also ist okay, ist nicht wirklich gut, ist es mittelmäßig, sagen wir mal so. Wann hast du denn da jetzt in Fälligkeit losgekommen? Äh, 3-W-Schnitt. Das ist für Krieger. Ja, also für dich. Ja, ich habe diese Fähigkeit auch zufällig hier. Ach, hungriger roter Keiler. Ah, ja. Ich brauche... Ah, ihr kleinen Dicks, ihr Dicks Viecher. Du hast ja gar keine Fähigkeit für, die sind ja voll schnell kaputt. Galle brauche ich... Nee, nicht Galle. Rote Keiler brauche ich, glaube ich. Äh, seit wann kommen denn hier die Bogenschützen hin? Ja, Rote Keiler. Ja, die laufen, äh... Bogenschützen. Ah, hier ist ein Mädchen in der Schwärze, aber den werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Ja, komm, wir probieren es einfach. Nein. Warum? Weil das Ding Level 25 ist und ich keinen Bock habe, meinen ganzen Pots hier rauszuhauen. Wie so ein Scheiß. Pots heißt Tränke. Ja, habe ich. Ich habe jede Menge. Ja, aber ich habe keinen Bock jetzt für so einen Mädchenstein, die wir... Äh, wo ich dann so Ewigkeiten drauf hänge, um darüber rumzuklocken. Ich wollte hier, äh, mit den Questen eben machen. Bisschen Young holen und dann, äh... Fertig sein. Feigelegen. Achso, fertig für morgen, oder was? Fertig für morgen. Ja, morgen ist ja das Event. Achso, ja. Nee, aber ich muss ja, äh... Noch, äh... Flugladen, alles mögliche, und noch Sachen vorbereiten muss. Ach ja, zu Sachen vorbereiten. Ja, zu Sachen vorbereiten. Ja, jetzt finde ich keinen roten Keiler. Ja, und ich finde keinen hungrigen roten Keiler und keine... Wie viel, äh... Wie viel Young hast du? Äh... 22.000... Äh, 23.000. Habe ich so viel mehr? Äh, ja, weil du eben... Ach ja, genau. Ach ja, genau. Äh, was ist mit nem Mädchen der Schwerze? Ja, der ist Level 25, das ist der, den ich eben meinte. Ja, ich habe keinen Bock dran, mich da reinzusetzen jetzt. Nein, scheiße, ich habe das Auto angegriffen, jetzt habe ich ihn angegriffen, ey, ich Idiot, ey. Macht doch nix. Kommt noch bei Side-Soldaten raus. Ja, stimmt, aber da. Soldaten da sind die starken, aber der Mädchen an sich, der, der stört mich, dass das lange dauern wird. Ganz ehrlich, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr weg von diesem Mädchen? Weil du da einen Angriff in der Auton hast. Nein, hab ich nicht, ich habe den ausgestellt, aber ich komme hier nicht weg von diesem Mädchen. Ich habe wieder einen Mädchen in der Schlacht gefunden. Ja, ich komme hier nicht weg, das ist kein Witz, ich hänge an diesem Mädchen fest. Ja, dann lock dich aus. Was soll die sonst sagen? Ja, jetzt bin ich weg, äh, ganz seltsam. Als ob der mich anziehen würde, wie so ein schwarzes Lof. Ich gehe von dir aus immer weiter geradeaus runter. Äh, den Weg entlang. Aber hier steht ein Level 8 da mit Level 9 Ausrüstung komplett. Der pustet das Ding jetzt weg hier ohne Probleme. Ja, dem zeigen wir was, von wegen wegpusten. Das ist ein Sockenfarmer, ist das. Warte, bist du über die Brücke drüber? Brücke. Ja, ja, genau, welche Brücke, alles klar. Ich habe gesagt, südlich, also runtergehen den Weg südlich. Ah, ah, so meinst du dann. Hier ist eine Kupferader. Ja, brauchen wir auch, okay, Kupferader brauchen wir nicht später. Also, ja, doch, für eine, für eine, für eine Aufgabe brauchen wir nicht später, aber allgemein brauchen wir sie nicht. Bist du schon am fetten? Ja, das Ding ist schon fast weg. Was heißt fast, halte? Wie bitte? Hälfte, habt ihr schon? Über die Hälfte schon, wer ist noch ein Viertel da? Ja, der hat komplett Level 9 und 9 Ausrüstung. Ganz ehrlich, wo seid ihr, ey? Hast du Orientierungsprobleme? Ja, ich lauf immer weiter südlich, ich bin jetzt gleich in der Stadt. Ja, wir sind uns vorbei gelaufen. Das war ein kleiner Weg, vielleicht rechts rein oder links rein, ja, den wir gelaufen müssen. Was stand mir drin? Ach, leck, du reißt du, Arzt, ey. Such meine Steine selber. Dank, suche doch selber. Hat ihr das geschrieben, oder was? Nein. Ich habe für dich gerade gesprochen. Ja, gut, dann suche ich mir mal die Steine selber. Ja, so meine ich das. Schweinenase, natürlich mit einer Schweinenase. Mann, ich will, äh... Leid in der Schwerze. Soll ich das nicht einfach mal versuchen? Nein, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ja, aber jetzt wie... Ja, warum hast du eine Leine dafür? Ich habe sie gar nicht alleine. Wieso? Ja, weil das Ding sich schneller, ähm, auflädt, wie du dich schaden machst. Nein, stimmt nicht. Versuch allein. Nein, stimmt nicht. Ich habe Leben erhalten, endlich. So, ich habe jetzt die Aufgabe. Wolfs Pelz, fertig. Material beschaffen, fertig. Hauptmann Aufgabe, fertig. Mann, bin ich happy. Joch, seit der Tochter, was muss ich denn da machen? Fertig. Und wie weit bist du? Ich suche mir noch. Also das Buch habe ich. Ich suche jetzt noch ein paar hungrige rote Keiler und hungrige alpha Grau-Wölfe. Und Grau-Wölfe, weil du Wolfs Pelz brauchst. Ja. Ach, Grau-Wölfe, wusste ich das? Grau-Wölfe, ja. Und ich bin angeschrieben worden. Ich kann jetzt ehrlich nicht nachgucken, wer mich angeschrieben hat. Wegen Fensteraufnahme statt Gameaufnahme. Das könnte aber einer von Bigpoint sein, oder was? Ja. Könnte. Das ist ärgerlich. Äh. Ich bin halt neugierig. Die bringen mir nix. Ich brauche hungrige alpha Grau-Wölfe. Hä? Wie habe ich das Ding geschafft? Ach nee, ich brauche hungrige alpha Grau-Wölfe. Sieh ich gerade. Ja, och. Und ganz normale Grau-Wölfe sind für das Fell, ne? Ja, Wolfs Pelz. Ich fäll, Pelz, 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 Pelz. Fragt mich gerade einer, bist du ein Hacker? Antworte ich, wieso? Das heißt, PN, oder was? Ich glaube, ich habe vergeschrieben, bin neu. Ne, PN, oder unten in den Chat? Ne, ne, hier so Chat-mäßig. Also jetzt nicht öffnen, nicht für alle, sondern nur hier für Umgebung. Ja, dann wie? PN. Gein. Ach ja, komm, ist egal. Das ist ein Mädchen des Kummers. Der ist richtig geil. Der ist für Level 5, das Ding. Und daneben steht so ein scheiß riesiger Tiger, den ich nicht packe. Warte mal, wo bist du? Ich will den haben. Ja, den, äh, warte, dann kannst du gegen den Tigris kämpfen. Der Tigris ist nämlich Level 35, Stufe 4. Das packen wir zu zweit, wo ist das? Nein. Wo ist das? Kämpfst du ja jetzt nicht gegen den scheiß Tigris. Ja, ist mir egal, wo ist das? Ähm, öffne die Map. Ja, ist. Auf der linken Seite hast du ein Wasser, ne? Ja, da ist ganz viel Wasser. Ja, und da hast du in der linksmitte so ein Felsen, ne? So ein Berg. Ja, da ist eine Fahne drauf. Nee, ähm, direkt am Strand. Ah ja, ja, sehe ich. Ja, da ist er. Da, direkt am diesem Feld ist das Ding. Ja, bleib da stehen, ich komme dir jetzt helfen. Ich bin nicht mehr weitergelaufen, ich habe schon einen anderen Mädchenstein gefunden. Ich habe einen Mädchen in der Schlacht gefunden. Du findest immer die besten Sachen und ich laufe hier orientierungslos durch die Spielwelt. Ja, du, ähm, bleibst hier nur dumm durch die Gegend und, äh, machst nix, ja. Das stimmt nicht ganz, ich... Kannst du es beweisen? Hä? Kannst du es beweisen? Ja, nein, ja. Nein, du hast keine Aufnahme. Haha. Ja, wir müssen uns noch absprechen, falls ich dann wirklich mal aufnehmen möchte, dann, äh, weil wir so mega lange Sessions machen und macht meine Festplatte das nicht lange mit. Dass wir uns dann absprechen, wann du diese Folge hoch hältst, ne? Was ist denn, Festplatte macht das nicht mit? Irgendwas, das für einen scheiß Rechner. Ne, darum geht's nicht. Doch, darum geht's. Äh, äh, das liegt einfach daran, dass ich mit Fraps aufnehme und das sind, die Dateien sind riesig. Ja, da muss man auch noch ein Buch haben wollen, es gibt tausende. Ja, aber habe ich keinen Nerv, zu dir zu suchen. Tja, Google ist dein Freund, ne? GEDF.de und so. Aber ich kille gerade die ganze Zeit die falschen Dinger hier. Ich bin gerade nur wegen dir orientierungslos. Bestimmt nur wegen dir. Ja, du hast mich jetzt abgelenkt und jetzt habe ich einfach angefangen, wiederholte Kyla zu schlagen, obwohl ich die gar nicht kaufe. Oh, wie schlimm. Ja, das sind alles unsinnige Erfahrungspunkte, die ich kriege. Nonne, möchte der Kuppe beitreten. Wer ist Nonne? Ich habe schon wieder Mädchen in der Schlacht gefunden. Nee, tu nicht rein, weil sonst kriegt er unsere Erfahrungspunkte. Ah nee, wir kriegen aber mehr dann, ne? Ja, der kriegt aber unsere Erfahrungspunkte nicht, weil er nicht in unserer Nähe ist. Hier ist ein Mädchen der Schlacht wiedergefunden. Bei deinem so groß gepriesenen Felsen ist nicht. Tja, dann wurde er schon geschlagen. Doch, da ist er. Mädchen des Kummers. Ja. Was hast du jetzt für ein Problem? Verfluchter weißer Tiger ist er nur. Ja, dann. Viel Spaß. Und? Der will 29. Ja, hier kommt einer zur Hilfe. Der Mädchen in der Gear gefunden. Jetzt finde ich ein Mädchen. Jol, loin. Hier ist ein Tiergears aufgetaucht. Ja, der steht die ganze Zeit schon da. Loin, aber wir kriegen das voll hin gerade. Der Mädchen des Kummers ist schon fast weg. Ja, der Mädchenstein ist auch kein Problem. Der Ding ist ja schwach. Ja, aber hier ist einer. Der ist genau so auf dem Mädchen-Level wie ich. Ja, der ist gerade gestorben. Alter, dieser verflugte weißer Tiger, ne? Ja. Nö, der verflugte weißer Tiger ist tot. Und der Tigris? Der Tigris, der verfolgt den anderen. Hast du Glück gehabt. Ich habe unterwegs noch drei andere Mädchensteine gefunden. Die machen wir dann später. Ne, ja, später. Später sind sie weg. Hier ist nämlich einer voll auf der Jagd. Ich weiß, sie sind sie immer auf der Jagd. Das sind Leute, die haben einen Hauptaccount, der ist Level 80 oder so. Machen sich dann neuen Charakter auf und farben dann hier die ganze Zeit die Mädchensteine. Hört man bei dir dieses Quietschen die ganze Zeit? Ja, hört man. Und ich weiß ganz genau, dass du dein Hund am Quälen bist. Bitte nicht am Quälen. Doch, du bist ja am Quälen. Geht doch auf den Piss. Ich verstehe Hund dich. Meine Eltern sind nicht da und die sind ziemlich anhänglich. Ich verstehe Hund dich. Oh Mann, ey, ja Hund, was ist. Du kannst jetzt hier nicht hoch. Du kannst jetzt hier nicht hoch, vergiss es. Aha, spricht der mit Tieren. So ein Unmensch. Ich mag meinen Hund. Der dich aber nicht. Doch, der mag mich sogar sehr. Das Problem ist, der mag meine Eltern noch mehr. Und die sind nicht da. Und dann kriegt die Krise. Oh, die geht mir um den Piss, Alter. Die springt ja aus... Ach, jetzt ist hier drin. Springt der gleich ins Gesicht. Na was, mit deiner schönen neuen Nase? Mit was? Mit deiner schönen neuen Nase. Kommt du das mal in eine neue Nase? Keine Ahnung. War keine neue Nase. Ich weiß. Hä? Muss man nicht verstehen, ne? Nein. Viel interessanter ist, was hat sich Frau Grüne da heute beigedacht? Das war doch voll super. Total. Mal ganz ehrlich. Ich habe mir die ganzen Plakate vorher abfotografiert. Letzte Stunde. Und konnte im Handy alles nachlesen. Ja super, ich habe auch gegoogelt. Aber ich habe irgendwann aufgehört, weil mir das voll auf den Piss ging. Ja, aber du hast gegoogelt. Ich hatte das, was auf den Plakaten stand, einfach abfotografiert. Hier ist ein Mädchen der Schlacht. Ja, dann schlachte mal. Los geht. Ja, das war es, ja. Na komm mit Hilfe. Ich bin ganz woanders. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin beim Biologen. Hä? Ich bin beim Biologen. Ja, dann bist du ja gar nicht so weit weg, glaube ich. Ja, du bist nur auf der anderen Seite der Map, ne? Ich habe eine Socke gekriegt. Unglaublich. Ich habe, ich habe, mir ist es hart gehalten. Letztend, wo du eine Socke gekriegt, das habe ich drei gekriegt. Halt's mal. Okay, ich halte mal. Au. So, wie weit bist du denn allgemein mit deinen Quests? Äh, wir fehlen nur noch drei hungrige rote Keiler und halt diese hungrigen Alphagrausäufer, weil die finde ich auch wiegen und rechentlich. Und, ähm, die Materialbeschaffung und sowas. Äh, was meinst du, Materialbeschaffung? Ja, ähm, der Urheels Buch hast du, hast du gesagt, ne? Das habe ich, das habe ich, ja. Dann musst du noch Bären jagen, die Bärngalle. Das habe ich gar nicht bekommen. Nee, das ist alles mit dabei. Achso. Äh, dann musst du, äh, rote Keiler jagen für Lehm. Das ist auch mit dabei. Ja, das hätte ich mir vielleicht mal vorher sagen sollen, das wusste ich nicht. Äh, dann musst du, äh, ja, die Grauböfel für den Alphagrausäufer. Boah, nee, die Meter mir alleine zu machen ist ja voll scheiße. So. Also, ich, ich, bote Keiler und was hast du noch gesagt? Äh, Bären. Normale Bären. Okay. Du hast alles schon, ja? Ja. Und die Grauböfel, nicht vergessen. Die normalen Grauböfel. Das Problem ist, ich finde echt nicht. Ja, ich bin auch jetzt einmal übergekommen, jetzt bleibt gelaufen. Das ist zu viel. Ich habe jetzt, fertig. Meine Level-Quest habe ich auch jetzt fertig. Warte ich nur noch auf dich. Dann komme ich dir suchen und helfen. Weil es überhaupt was bringt.